Und dann angeln wir. Hallo! Ich weise hier auch mal einen Fisch an in meinem selbstgebauten Brunni... Ähm, also ein Baumhaus baut man zwar anders, aber okay. Zerstör jetzt nicht dein Kindheitstraum. Die Bros töten die Noobs. Oh, oh! Hallo! Nein! Hi, hallo! Na, was geht? Und damit herzlich willkommen und einen Clouching-Gunsch-Tag. Ich bin schau ich zu einer neuen Folge von Minecraft SkyWars auf dem Meinungspunkt-Net-Server und wir haben direkt eine Ender-Perle. Besser geht's doch, weil wir haben keine Ideal-Potion bis jetzt. Das ist natürlich nicht zu spüren. Danke Internet, dass du wieder heute so genedig mit mir bist. Wir haben uns vor der Aufnahme hier noch ein bisschen grammatikalisch und rechtschreiberisch im Chat unterhalten, weil das natürlich ein sehr wichtiges Thema ist, wie Sie wissen. Das habe ich auch schon mal erlebt. Kleine, aber auch Jugendliche können in Minecraft zum Beispiel... Hallo? Na, was geht? Guck, guck. Hallo? Hey, was soll denn das? Jetzt sehe ich wie ein Fisch aus, oder was hältst du die Angel auf mich? Wir können nicht richtig schreiben im Chat, wollte ich sagen. Stimmt. Oh, in 16 Sekunden. Schön. Nach einem Monat kann ich wieder diesen Befehl betätigen. Och, das ist so schön. Das ist so schön. Das ist... Deutschland! Und... Zack. 187 Spieler wurden via Join.me angeschrieben. Och, das ist ja super. Moin, Teddy. Moin. Moin. Ja, das ist doch schön. Guckt mal hier, meine Familie aus drei Leuten ein. Ich kenne niemanden davon. Anime... 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 Äh, zu einem Auf Wiedersehen. Hat das so gelassen. Und zu zweitem, tut mir leid, weil ich nicht weiß, wer du bist. Aber ihr benennt euch ja jeden Monat um. Von daher... Ja. Ich kann mir auch nicht jeden Namen merken, wenn ihr euch jeden Monat umbenennt. Ich nenne mir den ursprünglichen Namen. Und dann nie wieder einen Namen. Es sei denn, ihr benennt euch wieder zurück. Dann merke ich euch hier auch den anderen Namen. So, gut. Dann haben wir das auch geklärt. Hier können wir mal unsere ganzen Sorgen rauslassen. So, tschüss. Tschüss. So, boah, ja, alles nicht. Und dann machen wir hier ein schönes Feuer. Na, das ist doch schön. Dann singen wir das Lagerfeuerlied. Dann basteln wir uns eine Angel. Und dann... Ja, spielen wir eine Runde Angeln ohne Wasser. Moment mal. Ich hab... Wir könnten eigentlich mal hier in Skywars angeln. Das wäre eigentlich schon mal... Ja, lustig, sag ich mal, ne? Wäre eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Ich würde sagen, wir machen uns gleich mal einen Teich. Und dann angeln wir ein bisschen. Wenn hier nicht wieder die Leute so unfreundlich wären. Und uns die ganze Zeit... Angreifen würden. Weiß auch nicht, was die immer gegen mich haben. Aber die sind schon frech immer. Ich probiere inzwischen auch gerade nebenbei immer ein paar andere Einstellungen für mein Mikrofon aus, weil ich da die perfekte Einstellung noch nicht gefunden habe. Ich hoffe mal, der Sound, mit dem ich jetzt die letzten Videos aufgenommen habe, ist in Ordnung. Ansonsten kann ich meinen PC wegschmeißen, weil ich so deprimiert bin. Nein, der hat mehr gekostet, als wenn man den mal nebenbei wieder nachkaufen würde. Und den brauche ich noch. So. Zack. Dann machen wir... Gleich und dann zack. Und dann angeln wir. Hallo. Oh, ich will einen Fisch angeln. Ja, bevor der Gegner kommt. Ähm, können wir... Ich bin am angeln. Äh, ach so, ja. Weiß ich auch meinen Fisch an, in meinem selbstgebauten Brunier. Oh, dankeschön. Aber ist ja auch eine Frechheit, muss ich dir ja sagen. Ich will hier angeln und was macht die? Ja, die greift mich einfach an. Schon mal was von Gastfreundlichkeit gehört? Schon mal was von Anklopfen gehört? Von Klingeln, ne? Keine Manieren. Ja, ich weiß. Dass die Eltern ihre Kinder so aus dem Haus gehen, das finde ich schon, ja, nicht so gut. Hallo, ich muss... Das kann ich erklären. Ein bisschen Erziehung, ja, danke, äh, ja, schön, ne? So, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich würde sagen, wir gehen ins, ähm... Wie heißt es noch so schön, äh, das, äh... Arschluss. Hallo Paradies, na, hast du noch was, was... Junge, also... So verlässt man doch die Mitte, also... Das ist echt... Ich finde, dass der hier alles einfach so hinklatscht, als wäre... Weiß egal. Ist hier noch irgendwas Relevantes. Ich nehme hier meine ganzen Stöckchen raus, weil holzi, 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 holzi... Ähm, das bei alles nicht. Habe ich hier was zum Verbrennen? Warum muss ich immer sterben? Ähm, ja, so ist das Leben halt, ne? So ist das Leben. Das ist halt kein Zuckerschlecken. So, dann machen wir das hier noch ab. Und dann haben wir das Ganze auch schon. Gut, ähm, wir könnten uns jetzt noch was machen. Oder wieso? Ich meine, wo bist du denn? Ich habe natürlich keinen Kompass, natürlich, ja. Ideal, auch Junge. Ähm, also ein Baumhaus baut man zwar anders, aber okay. Zerstör jetzt nicht deinen Kindheitstraum. Die Bros töten die Noobs. IE, immer. Das heißt, IE, IE Sports. Seht ihr? Ich brauche nicht bei dem Voice Chat anmachen. Da versteht er sogar schon, was ich höre. Wir haben nämlich so, vielleicht ist es mein Zwillingsbruder. Und wir haben so Gedankenübertragung. Soll ich schon mal springen? Nein. Äh, spiel normal, bitte. Oh nein, alle die Leute. Also zum Beispiel den Typen, bitte spiel doch einfach normal. Ist so scheißegal, ob ihr stirbt. Ich denke, ihr werdet besser, indem ihr einfach nur ins Leere spielt. So, äh, so. Ach man, so wirst besser. Aber es ist halt nicht so funny, immer getötet zu werden. Ja, aber so ist halt jetzt. Ich glaube, indem man die ganze Zeit nur ins Voice springt, ist es jetzt, ähm, ich glaube, Oh, das trainiert man nicht so gut, insgesamt muss okay. Was soll's sein? Nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht, Harry, hallo. Irgendwie. Oh, oh, nein, nein. Meine Goldäffel, meine Goldäffel. Hoppala. Das war ein bisschen dumm von mir, aber na gut. Wollte ich ein bisschen trollen. Danke. Was? Guck mal. Ist doch lustig. Ey. Hä? Hä? Ist er... Ach so, er ist hier unten. Ach jo, ich dachte gerade, wie ist er denn gestorben? Ja, moin. So, da sind wir auch mal wieder auf dem Flohmarkt. Suchen uns raus, was uns gefällt und was nicht. Und stecken uns dann alles kostenlos ein, weil wir kein Geld haben und alles der richtige Gangster sind. Und halt immer nur klauen, ne? Big Mac Bunny weg. Da stackt sich jemand. Wer flucht seist du. Alle auf ihn, meins? Ähm. Hat sich erledigt. Ist so. Ach, das ist der Typ, der dich auch vorhin gesteckt hat. Na gut, äh, ich glaube, das wäre jetzt nicht, ähm, so schlimm gewesen, wenn der sich gesteckt hätte. Der wäre wahrscheinlich eben von selbst hier runtergesprungen. Aber ich natürlich nur die Vermutung. Also, wir wollen ja hier, also falls ihr suizidgefährdet seid, bitte bei dieser, äh, Telefonhotline anrufen. Aber komm mal runter. Komm runter. Das geht vor allem an den, ähm, Ikenik 8.3 raus. Bitte melde dich dort, falls du soziale oder psychische Probleme hast. Und deswegen beschweren kann ich mich. Und wenn du dich deswegen immer so gegen Bäume verschwirst und dich mit Holz hochbaust. Ich weiß zwar nicht, was du gegen Bäume hast, aber vielleicht ist so ein Holzfetisch. Holz, 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 Holz. Na hallo, meine Lieben. Was geht? Ich will mitspielen. Darf ich bitte? Ich bin nämlich auch. Äh, ich habe überlegt. Ich will doch nicht mitspielen. Ach, doch, das sieht nach einer Menge Spaß aus, muss ich sagen. Darf ich doch bitte? Ja, ich will doch mitspielen. Danke. Hallo? Nein. Oh, bitte. Ich klatsche dich. Ach, klatsche ich dich weg. Nein. Nein. Ach, komm schon. Na gut, das war eine schöne Runde. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ciao, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.